Das bekräftigt der deutsche Außenminister. Seitdem hat sich einiges getan und darüber möchte ich gerne sprechen mit Christian Peter-Hanelt, dem Nahost-Experten der Bertelsmann-Stiftung. Guten Abend nach Berlin. Guten Abend, Frau Abratzky. Herr Hanelt, jetzt tritt in ungefähr ein Dreiviertelstunden diese Waffenruhe in Kraft. Wie haltbar kann die sein? Da sprechen Sie eine zentrale und wichtige Frage an. Wird der Waffenstillstand wirklich in Kraft treten? Wird es bis dahin noch Kampfhandlungen geben? Und wie lange wird der Waffenstillstand halten? Wie tragfähig wird er sein? Und wird es danach einen politischen Prozess geben? Anscheinend ist es aber so, wenn wir noch vor einigen Tagen die große Befürchtung hatten, es würde zu einer weiteren Eskalation des Konfliktes kommen und dass sogar israelische Soldaten in den Gazastreifen eindringen müssten, dass es nicht passiert. Anscheinend haben wirklich die internationalen Bemühungen angeführt von den USA und sehr stark begleitet durch Jordanien und Ägypten dazu beigetragen, dass jetzt der Waffenstillstand wohl diese Nacht in Kraft treten kann. Aber das klingt so, Herr Hanelt, wenn ich das höre, als wenn wirklich von außen ein Deckel da drauf gehalten würde, dass das noch nicht von innen her kommt, dass weder Israel noch die Hamas da abgelassen hätte, ohne eben diesen Druck von außen. Frau Bratzky, Sie sprechen einen wichtigen Punkt an. Die Frage ist, wie werden die israelische und auch die palästinensische Gesellschaft jetzt in den nächsten Wochen und Monaten mit den Erfahrungen dieses Gaza-Israel-Krieges und den Auseinandersetzungen in Israel selbst mit den Palästinensern oder auch in Ost-Jerusalem umgehen? Auf der israelischen Seite wird die Frage sein, wird es eine tragfähige Regierung geben? Denn Premierminister Netanyahu ist gerade und ohne eine Mehrheit in der Knesset im Amt. Die Frage ist, wird es eine weitere fünfte Wahl in Israel geben? Wie werden sich jetzt in den nächsten Wochen die palästinensischen Parteien in der israelischen Parlamente Knesset verhalten? Und wie wird sich der gesellschaftliche Zusammenhalt in Israel nach den Zusammenstößen mit palästinensischen Israelis, die 20 Prozent der Bevölkerung ausmachen, gestalten? Und auf der palästinensischen Seite der alte Zwist, die Hamas und ihre Diktatur im Gaza-Streifen auf der einen Seite, die palästinensische Autonomiebehörde in Ramallah auf der anderen Seite, die lange auch ohne politische Legitimation ist. Werden sie Wahlen anstreben? Wenn es Wahlen geben sollte, wird die israelische Regierung erlauben, dass die Palästinenser in Ost-Jerusalem mitwählen dürfen. Und wenn es Wahlen geben wird und die Hamas dort hohe Anteile bekommt oder sogar die Wahlen gewinnen wird, wird man das akzeptieren oder wird man das nicht akzeptieren? Also alleine hier stellen sich politisch sehr wichtige Fragen. Und da die internationale Gemeinschaft jetzt Geld mobilisieren will, um den Wiederaufbau im Gaza-Streifen zu organisieren, ist das machbar, ohne dass die Hamas wieder militärische Infrastruktur aufbauen kann oder nicht? Können die Türkei oder Ägypten oder auch Katar, die Einfluss auf Hamas haben, diese Sachen im Sinne von Sicherheit für Israel und Ägypten verhindern? Das ist ein ganzer Strauß von Fragen. Das sind ja Fragen, die diesen Konflikt in der Ost-Konflikt ja schon seit Jahren, seit Jahrzehnten begleiten. Wo stehen wir denn jetzt heute an diesem Tag, 2021 im Mai, nach diesen Tagen des Beschusses, wo 58.000, schätzt man, Palästinenser ihre Häuser verloren haben, wo es eben diese vielen Toten gegeben hat, größtenteils auf palästinensischer Seite, aber eben auch auf israelischer Seite, wo es noch mehr spitz auf Knopf steht und eben auch die Systeme auf beiden Seiten, die gesellschaftlichen, so destabilisiert sind. Wo kann denn da eine Lösung liegen oder wer könnte die sogar anbieten? Außer Minister Maas hat ja auch eben gerade von diesem Schwebezustand gesprochen. Und die zentrale Frage wird nach der Sortierung der beiden Gesellschaften und politischen Systeme auf der israelischen und palästinensischen Seite sein, wird oder kann eine internationale Gemeinschaft, ein internationaler Vermittlungsmechanismus, Kooperations- und Verhandlungsbereitschaft auf palästinensischer und israelischer Seite, wenn sie denn kommen sollten, so unterstützen, dass es wirklich eine Richtung einer Zwei-Staaten-Lösung gibt, wie sie Außenminister Maas vorhin in seiner Pressekonferenz angesprochen hat. Hat das Nahost-Quartett, Herr Handel, da noch eine Funktion? Könnte das wiederbelebt werden? Ja, also Frau Abratzky, die Vermittlungsinstitutionen für den Israel-Palästina-Konflikt sind eigentlich diplomatisch-politisch da. Das ist das Quartett, weil es bündelt unter der Führerschaft der USA, die EU, die Vereinten Nationen und Russland. Also quasi vier starke politische und wirtschaftliche Kräfte, die, wenn Israelis und Palästinenser bereit sind, wieder in Verhandlungen zu gehen, den auch unterstützen können. Ein kurzes Beispiel. Wenn sich Israelis und Palästinenser in Sicherheitsfragen einigen sollten, dann wird es sehr stark ein Sicherheitsarrangement seitens der USA gebraucht, weil Israel den USA in diesen Bereichen mehr vertraut. Die EU kann assistieren. Sie tut das bereits. Es gibt israelisch-palästinensische Sicherheitskooperationen im Westjordanland. Die werden unterstützt durch eine Ausbildungsmission der Europäer für die palästinensische Polizei. Da müsste die EU sich aber einig sein. Bisher haben wir aktuell gesehen, dass das 26 waren sich einig, einer war sich nicht einig. Ja, richtig. Ungarn hat alles blockiert. Und der erste Bericht hat uns auch aus Israel heute gezeigt, dass dann neben Außenminister Maas dann auch die Außenminister von Tschechien und der Slowakei da waren. Auf dem Papier sind sich die EU-Staaten sehr einig, wie eine Zwei-Staaten-Lösung in ihrer Vorstellung unterstützt und auch umgesetzt werden sollte. Aber in den letzten sieben Jahren, gerade unter der Trump-Administration, haben sich die Positionen der EU-Mitgliedstaaten sehr weit auseinanderentwickelt. Ich möchte Ihnen zwei Beispiele geben. Während die Trump-Administration die Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt hat, wollten einige EU-Mitgliedstaaten soeben auch Ungarn und Rumänien folgen. Sie haben jetzt dort Wirtschafts- und Kulturbüros eröffnet. Uneinigkeit in der EU. Zweite Frage, Anerkennung eines Staates Palästina. Da gibt es Länder wie Schweden und Luxemburg, die haben bereits Palästina als Staat anerkannt. Es gibt andere wie Deutschland, die sagen, erst wenn Israel und Palästina einen Friedensvertrag unterzeichnet haben, dann würden wir auch Palästina als Staat anerkennen. Das bedeutet, dass politisch gesehen die europäischen Mitgliedstaaten in den nächsten Wochen, wenn sie eine stärkere politische Rolle spielen wollen in dem Konflikt, und das hat der hohe Beauftragte Borel ja in seiner Pressekonferenz vorgestern gesagt, dann müssen intensivere Gespräche zwischen den EU-27 stattfinden, damit sie ihre Wirtschaft und Finanzkraft, die sie bereits jetzt haben, eine Milliarde Euro investieren, Europa und die Mitgliedstaaten, in die palästinensischen Gebiete und in israelisch-palästinensische Kooperationsprojekte untermauern. Herr Hanelt, Borel hat das gesagt, aber will die EU das denn tatsächlich, sich in diesem Konflikt noch weiter engagieren? Ich meine, es gibt ja schon noch genügend andere Themen, die die EU auch noch sortieren muss. Also dort wirklich reinzugehen, besteht da überhaupt die Neigung dazu? Was ist Ihr Eindruck? Ja, alleine können Sie es ja politisch gar nicht leisten. Das ist ja sozusagen schon anerkannt. Die Frage wird sein, gibt es die diplomatische Kraft der EU, um die Amerikaner, die sich nun unter US-Präsident Biden intensiv um den Waffenstillstand bemüht haben, sie jetzt auch sozusagen engagiert in dem Konflikt zu halten. Es besteht sonst die Gefahr, wie es 2014 war oder vor auch 2008, dass eben nach einem Israel-Gaza-Krieg ein Waffenstillstand gibt, dass der Konflikt einfriert und irgendwann wieder eskaliert. Aber es gibt jetzt neue Dimensionen und das ist die Frage, was in den israelischen und palästinensischen Gesellschaft jetzt passiert. Wird es einen gesellschaftlichen Zusammenhalt geben zwischen den Israelis, zwischen israelischen und palästinensischen Israelis in Israel? Und wie engagiert werden die Palästinenser sein? Denn sie wünschten sich ja jetzt, dass die Palästina-Frage wieder zu einem internationalen Thema wird. Die EU kann bei 26 oder 27 die Aufgaben auch verteilen. Es müssen nicht alle 27 Außenminister sich in dem Konflikt engagieren. Man kann auch zwei oder drei auswählen, die dann im Quartett zum Beispiel die diplomatische Kraft der EU einbringen. Man kann die Aufgaben in der Region zwischen 27 Außenminister teilen. Kurzes Beispiel, Frankreich, Italien und Deutschland. Die drei Außenminister reisen regelmäßig nach Libyen, um die EU-Position dort zu vertreten. Da hat man die Aufgaben auf diese drei verteilt. Das kann man im Nahost-Konflikt auch tun. Also das könnte man deutlich übertragen. Das wäre ein Weg, wie die EU in diesem Konflikt weiter vermitteln könnte. Wir haben darüber gesprochen, über die Waffenruhe, die um ein Uhr deutscher Zeit in Kraft treten sollte, und die Hintergründe. Und die Analyse kam von Christian Peter-Hanelt, dem Nahost-Experten der Bertelsmann-Stiftung. Herzlichen Dank und guten Abend nach Berlin. Gern geschehen, alles Gute nach Bonn.